Liebe Leserinnen, liebe Leser von 1200 Grad, wir sind hier am Stand von Cebica aus Spanien. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Grüß dich. Super, und ich habe Anna Montes bei mir, die Area Managerin für Deutschland. Und leider ist gerade eins meiner Mikros ausgefallen, deswegen gebe ich ihr jetzt meins. Bitteschön. Anna. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Genau, und Anna wollte uns ein bisschen was erzählen über die Spezialität der Cebica Produktion und über das, wie heißt das jetzt, Anna? Cebica Lab. Cebica Lab. Was das heißt, also Cebica Lab, wir können an unsere Kunden eine besondere Leistung anbieten, das heißt Produkt nach Maß, nach Kundenwunsch, fertigen. Wir haben verschiedene Formate, Oberflächen und die Möglichkeit mit einer kleinen Menge von 30 Quadratmetern. 30 Quadratmetern? Ja, also das ist eine kleine, kleine Menge für eine Sonderproduktion. Und die Farben, Ralfarben, Pantonefarben, wie gesagt, nach Kundenwunsch, fertigen. Wir machen Labormuster relativ schnell, zwei, drei Tage sind es fertig und wenn der Kunde einverstanden ist, dann können wir das Material produzieren. Ja, also in allen Ralfarben, in allen Pantonefarben? Ja, es ist möglich. Also die Muster sind relativ schnell, wie gesagt, im Labor und es ist kein Problem, Farben von unserem Programm oder Skalenviral, Pantone, NCS, es ist verschiedener. Welche Formate, welche Formate sind möglich? Ja, das ist ein Beispiel von Formen, wie gesagt, Oberflächen und regelmäßigen Karten, es gibt eine Menge Formen, wie Fläschschuppe, sechseckige Formate, immer klein Formate, selbstverständlich bei Cevica. Ja, aber kein Problem, die Oberflächen, Kakele, Matz, Glänzen. Ah, genau, Sie haben ja auch diese Kakele-Fläsen, stimmt. Ja. Und eigentlich ist ja... Ja, das ist... Ja. 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 Ja.